George Lucas George Lucas wurde am 14. Mai 1944 in Modesto, California geboren. Er wollte ein professioneller Pilot werden, aber wegen eines Unfalls anderte er seine Meinung. Er studiert Film und er war sehr begabt. Seine Hobbys sind Lesen, Musikhören und Malen. Er hat mehrere Kurzfilme, recht erfolgreich gedreht, aber sein erster großer Erfolg war American Graffiti. Lucas hat auch Lucasfilm und die Star Wars Saga produzierte. Der erste Teil der Saga wurde 1977 produziert und es war ein echtes Hit. Die beiden anderen Teile waren auch ein großer Erfolg. George Lucas wurde bekannt und berühmt. Mit seinem Reichtum gründete er zwei weitere Unternehmen, die ihren Bereich revolutioniert haben. Lucasfilm Games und THX. Er mag Schenken mit Kartoffeln essen. Sein Lieblingsnachtisch ist Schokoladenküche. George produzierte auch den Film Indiana Jones Saga mit dem beruflichen Regisseur Steven Spielberg. George Lucas hat drei Kinder adoptiert, wie er selbst keine haben kann. Er verfuhr über ein persönliches Vermogen von mehr als drei Milliarden Dollar. Er beeinflusst das Kino mit Alternien, den neuen Technologien und Know-how und Filmenvideos mit spektakulären, speziellen Effekten. Es gibt eine kleine Beispiele, die ihre